so einen wunderschönen ja ich habe mich entschlossen wir machen das jetzt einfach zusammen wir hören uns jetzt die mikrofon qualität zusammen an ich wollte jetzt nicht einfach mir das selber anhören und dann halt im video und ein video machen wie ich sage so und so sind ich habe gedacht machen wir einfach zusammen stehen aber viele kartons mit dem hintergrund abarbeiten so fangen wir einfach mal an ich mache mein mikrofon in der zeit youtube kann mir gerade den kumpel aufsetzen werde ich halt über die boxen hören ob detail da höchstheit am besten und richtig kopfhörer kann ich aufsetzen könnte nur meine knöchelteile aufsetzen und ja ich will halt vernünftig gucken so da bin ich auch schon mit einem testvideo ich habe jetzt hier das separate mikrofon test 123 123 oder so und das können wir dann nämlich einfach irgendwo anstecken hier oben steckt einfach mal hier ran so 123 4 eckstein alles muss versteckt sein mimo leck mich am arsch hört sich doch gut an jetzt ja richtig perplex wir müssen noch ein bisschen ein lauter machen oder so ich hatte ja da sehr leise macht oder jetzt war von einfach an sie leise also man kann ja auch noch an der basis station und am empfänger am sender und an der basis station also sender und empfänger kann man ja noch lauter machen die kamera könnte ich auch noch mikrofon ein bisschen lauter einstellen aber ich denke mal wenn ich da denn einer am empfänger oder an der basis station sender oder empfänger noch ein bisschen lauter machen denn es ist geil und ich habe da nicht ich habe da nicht mal ein mikrofon mir irgendwo ran gesteckt und woran gebammelt nur dieses mikrofon was in diesem kasten eingebaut ist das ist ja geil jetzt müsste man denn nur noch gucken wie lange der akku reicht bei so einem ding jetzt werde ich mal kurz leise sein damit wir die geräusche testen können ob davon irgendwas aufgenommen wird das ist ja gar keinen grund raus ich höre jetzt nichts man hört mich aus und nicht so laut atmen jetzt habe ich jetzt ab mit absicht laut da habe ich mich gerade die ganze zeit auf die anzeige geguckt an eine unten an der kamera wurde baumt oder für x2 festgemacht haben und habe geguckt ob ich da leichter ausschläge haben da hört man mich da ist mein schnaufen ja auch viel weniger hat dann hat er mein atmen nicht aufgenommen das kann man auch noch mal runterstellen vom da finde ich schade dass man nicht sieht bei welcher lautstärke man ist also jetzt wird weiter weg ist hört sich natürlich anders an 12 13 14 14 16 17 18 die sohste ist meine camera dunkler so jetzt habe ich wieder genau da dran wo ich eben auch dran hatte habe jetzt ganz ganz leise gemacht also ich sehe schon dass ich hier kaum ausschlag hatte man hört und jetzt mal gucken ob er jetzt mein Atemgeräusch drin hat. Wenn man laut ist, wenn man nicht in der Absicht laut macht, dann hört man es. Aber das hört sich auch nicht so belastend an, wie mit dem normalen Mikrofon. Also wenn ich dann viel atme. Okay, also es scheint. Aber jetzt ist es halt leiser. Dann müssen wir dann nach Produktion halt lauter machen, obwohl vorher auch gut war. Könnt ihr mir hier gerne mal schreiben, ob die ersten paar Minuten, wo ich das mir hier herangesteckt habe, ob das auch von der Qualität für euch genauso cool ist, wie für mich, also was ich angehört habe, weil dann würde ich die Lautstärke dann auch höher machen. Man hört mich ja kaum atmen. Und wenn es mal kommt, ist es wirklich ganz flach und nicht so wie mit meinem Lavaillier-Mikrofon so gefiltert. Ich bin mal gespannt, wie es sich anhört, wo ich hier das Mikrofon ran mache. Weil, wie gesagt, das ist jetzt nur das Mikrofon in dem Kasten drin. Das Mikrofon in dem Kasten drin. Ob ich da dann halt noch leiser machen kann, also da kann ich ja auch noch mal leiser machen, oder halt hier lauter machen. Die Mikrofon. Ich habe jetzt das Mikrofon dran. Ausschlag. Eins, zwei, drei. Ja. Gut, 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 gut. Mal testen. Wenn ich hier oben rauf haue, da ist was. Wenn ich hier jetzt aufs Mikrofon haue, ist nix. Super. So. Ich muss mir das jetzt mal mit dem Beelis hier oben ran machen, weil ich das Mikrofon halt den Kabel noch nicht aufgemacht habe. Ich finde es immer noch ein bisschen blöde löst. Ups. Jetzt habe ich die Puschel ab. Jetzt ist der Puschel runter. Also wenn wir im Garten sind, hat ich dann den Puschelruf. Ja, dann wird den Sinn drin. So. Jetzt habe ich das Lavalier-Mikrofon dran. Und wir werden es nochmal testen. Eins, zwei, drei, vier. Eckstein. Alles muss versteckt sein. Esel fressen, Nessel nicht. Nesseln fressen, Esel nicht. Lali, lulu, lulu. Du, 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 du. Eins, zwei, drei. B, 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 A, B, C. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Lali, lu. Nur der Mann im Mond schaut zu. Das hört sich auch gut an. Ich zeige ein bisschen Übertrieben. Es geht. Selbst mit den Atemgeräuschen, die sind, die kommen nicht so laut rüber. Die sind ein bisschen abgeflacht. Wie die Qualität jetzt ist, wenn man ein Mix hat, ob da ein Rauschen oder was für sich ist. Oh, kein Ausschlag. So. Krass. Da habe ich noch mal versuchen. Da habe ich den Leiser gemacht. Und zwar den Mute-Button. Also jetzt teste ich den Mute-Button. Also da habe ich wirklich übertrieben mit der Lautstärke. Da unten habe ich eine Basisstation leiser gemacht. Und am Sender. Da habe ich den Mute-Button gedrückt. Und der Mute-Button, der wollte nicht funktionieren. Der hat mal hat da funktioniert, dass das Mikrofon anging. Also ich habe einen Ausschlag gesehen. Und mal hat es nicht funktioniert. Ich mache mal ein bisschen lauter. Dann muss ich es erst ausmachen und wieder anmachen. So. 1, 2, 3, 4 Eckstein. Ja, der hat gerade das Mute genommen, aber dann nicht wieder aktiviert. Wir müssen es nochmal testen. Ja, da hatte ich nämlich auch nichts gesehen mit Ausschlag oder so. Also nicht Ausschlag an der Haut. Also, dass da das Mikrofon auch geschlagen ist. Denn mit dem Mute-Knopf war das Einzige, was jetzt negativ war. Aber mal hat es auch funktioniert. Und mir würde eine Kamera, kommt wirklich Ton, macht der, wenn ich hier die... Irgendwie macht der, wenn ich hier die Mute-Knopf gedrückt habe, habe ich, also entweder kommt wirklich Ton und mir würde eine Kamera nicht angezeigt oder der Mute-Knopf klappt nicht. Das ist ja, was ich euch gesagt habe. Aber jetzt versuchen... Da? A, B, C, D, E, R, C. Jetzt hat es leiser gestellt. Also, wenn du es wirklich leise stellst, dann kommt kaum was. Da ist es wieder mit dem Mute-Knopf. Da habe ich eine ganze Weile rum. Ich springe jetzt einfach mal vor. Oder das hängt mit Lust und Laune zusammen, weil ich habe jetzt die ganze Zeit hier nichts angezeigt gekriegt, dass es funktioniert. In der Kamera. Mensch. Nichts zu sehen. Aber... Nee, in der Kamera ist was zu sehen, aber hier nicht. Jetzt haben wir Mute gedrückt. Jetzt. A, B, C, D, E. Jetzt geht's. Jetzt gedrückt wieder. Out. A, B. Also an der Basisstation. Nicht am Sender. Da hat es super funktioniert. Am Sender war so ein bisschen schlecht. Aber mir wird da... Aber ich brauche die Mute-Knopf. Aber sowieso nicht. Müssen wir uns dann gleich eine Aufnahme mal angucken, wie es sich dann... Hier habe ich dann was lauter im Endeffekt verhält. Also so von der Technik her bin ich zufrieden. Bis jetzt. Vom Aufbau und allem. Wendet sich jetzt natürlich auch weiter so beibehält. Also kein Rauschen drin. Ich bin zufrieden. Ja, ihr wisst es ja. Dass es dann halt sich im Endeffekt bescheuert anhört oder so. Also so. Ich hoffe, dass es sich wirklich gut anhört. Das wäre eine verdammt geile Alternative. Zu meinem normalen Ansteck-Mikrofon. Ich muss mich auch übrigens noch verbessern zu dem, was ich eben gesagt habe. Ach, mit dem Karten. Ich habe eben gesagt, dass ich nicht die Kopfwehre, sondern dass ich die... Also Kamera hat die... Habe ich den vertauscht? ...sondern die, was... Opa, ne? Für Handy ist. Nee. Ich brauche diese zwei. Meine Kamera hat... Also mein Lavalier hat drei und ich muss ab einem Adapter von drei auf zwei. Und jetzt habe ich praktisch zwei auf zwei. So sieht das aus. Also praktisch in diesem Ding ist ein Zweier drinne und der andere Zweier kommt in die Kamera. Und bei meinem... Bei meinem Lavalier-Mikrofon, was ich hier immer habe, was ich auch nicht mehr um, um hier einen Controller zu machen, da habe ich so einen Adapter. Also praktisch, dass ich mir das dran lasse. Das sind auch wirklich nicht... Und dann normal. Und dann unten habe ich so zwei Ringe und dann habe ich so einen Adapter von zwei auf drei Ringe, damit das am Controller funktioniert. Wie es sich anhört, muss ich das abmachen, glaube ich, was. Drück mir die Daumen. Und damit das an der Kamera funktioniert, muss ich diese drei Ringe noch testen. Und da hatte ich nämlich schon mal... Im Laufendenbetrieb. Einfach, wenn ihr die Videos gesehen habt von der Candy Crush, von der Candy Cowboy Box, da hatte ich nämlich den Adapter vergessen, daran zu machen. Weil ich sie vorher am Controller hatte. Oder war da... Ja. Und dadurch habe ich das Mikrofon einfach reingesteckt und hatte keinen Ton. Das Mikrofon... Achso, jetzt habe ich das abprobiert. Wenn ich das Mikrofon einfach abmache... Das ist aber auch... Ja, das ist wirklich... Aber da müsst ihr aufpassen. Da hat er nicht am Kabel ziehen. Da müsst ihr wirklich unten am Stecker ziehen. Wirklich sehr wach. Weil das Mikrofon ist wirklich nicht so gut verarbeitet. Also der Kabel ist wirklich... Der kommt da raus und das ist ganz dünne Kabelchen. Und da müsst ihr so aufpassen. Also bei dem Extern, bei dem Lavalier-Mikrofon... Das ist ja prüscher schon hier ab. Das ist ja prüscher schon hier ab. Da müsst ihr aufpassen. Also das ist wirklich ein Manko. Das ist nicht gute Qualität. Also das Mikrofon ist gute Qualität. Habt ihr ja mitgekriegt. Hört sich gut an. Aber der Kabel ist keine gute Qualität. Der ist wirklich ganz dünn. Und wenn er da so rauskommt... Einmal dran jetzt zu... Der Kabel ist so fest. Der Stecker ist so fest drinne. Wenn ihr falsch anfasst und rauszieht... Ich hab's jetzt nicht hier irgendwo ran. Dann steht auf dem Tisch. Dann ist der Kabel ab. Ich bin mal gespannt. Ach so, hier hab ich auf den Tisch geklappt. Kommt ihr jetzt auf den Tisch? Also hier... Ich hab's jetzt nicht hier irgendwo ran gemacht. Das steht auf dem Tisch. Hört sich auch gut an. Und da hab ich's nicht hier dran. Ich hab's wirklich auf dem Tisch stehen. Ja. So, jetzt hab ich's hier dran. Und halt dann praktisch in der Hand vor mir. Ich find's auch sehr gut. Wir können mal hier nochmal zurückgehen. Also das Mikrofon steht jetzt auf dem Tisch. Also hier. Das ist die originale Lautstärke. Und ich hab's dann ganz hier irgendwo ran gemacht. Das steht auf dem Tisch vor mir. Ich bin mal gespannt. Und halt dann praktisch in der Hand vor mir. Ich find's auch sehr gut von der... Dass die auch beide so einen Clipser haben. Weil ich kann meins jetzt nicht oben ran machen. Weil sonst seh ich den Monitor nicht. Ich hab aber vor allem... Das Bildschirm hängt von der Kamera in der Außenklappenbildschirm dran. Und das hängt ja unten runter. Und dann klipsigt das einfach so ran. Ich hab praktisch das Band. Dieses Sony-Band hab ich ja an meiner Kamera dran. Drück die Daumen, Leute. Dass man sich hier umhängen kann. Und das hängt immer so vorne runter. Und da kann ich die so zusammen. Und hängt das da ran. Und dann sägt den Bildschirm praktisch davon. Das ist voll cool. Ich muss mal vorläufig verabschieden. Weil gleich machen wir... Wir gucken uns mal eine Reaction an. Dann kommt nochmal richtige Verabschiedung. Ihr wisst, was ich meine. Ja, das war jetzt so. Also wir haben es uns angeguckt. So. Da bin ich auch schon mit einem Testvideo. Ich hab jetzt hier das separate Mikrofon. Test 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, das war zu nah. So. Und das können wir dann nämlich hier einfach irgendwo ranstecken. Zack. Das hört sich geil an. Also oben. Also ihr könnt mir gerne mal sagen, bitte sagt mir, wie ihr die Qualität von dem Mikrofon findet. Einmal, wo ich es angesteckt habe. Jetzt in der Variante, wo am Anfang vom Video, wo es dann halt was lauter ist. Bevor ich dran rumgefummelt habe, um es leiser zu machen. Und einmal mit dem Lavalier-Mikrofon. Was euch da gefällt. Das würde mich mal interessieren. Und ob ihr ein Rauschen habt. Bei mir ist kein Rauschen zu sehen. Großartig. Ob es für euch annehmbar ist, dass ich damit denn in Zukunft arbeiten würde. Ob ihr das besser findet. Oder was ich halt sonst nehme. Mein Ansteck-Mikrofon. Am Anfang vom Video habe ich ja mein normales Ansteck-Mikrofon und eine Kamera rein gedonnert. Also das würde mich denn echt mal interessieren. Ob ihr damit zufrieden seid. Weil mir gefällt es. Also wenn ich jetzt so im ersten Augenblick höre, gefällt mir das sehr gut. Entschuldigung, dass ich mal rüber gucke. Ich sehe hier. Also mir gefällt es wirklich top. Aber ich bin begeistert. Also das müssen wir mal testen. Das muss ich auf jeden Fall testen. Also ich werde das mal testen. Mal benutzen. Und ihr müsst mir dann sagen, ich versuche das Video so schnell wie möglich online zu schalten. Dann müsst ihr mir sagen, ob euch das gefällt. Ja oder nein. Und welche Variante euch besser gefallen hat. Wo ich es so dran hatte. Oder wo ich es dran hatte mit dem Lavalier-Mikrofon. Zur Not können wir auch ein Lavalier-Mikrofon. Weil vielleicht liegt es ja auch an meinem. Können wir meins mal dazu testen noch. Kann ich nochmal ein Video machen. Und wenn ich mein Lavalier-Mikrofon da reinstecke. Ob das vielleicht besser ist. Weil ohne Adapter. Und da werde ich morgen mal um mich heransetzen. Mal ein Video dazu machen. Wenn alle dudiert. Und dann müssten wir mal gucken. Vielleicht ein neues Lavalier-Mikrofon bestellen. Irgendwie. Dass es halt noch ein bisschen bessere Qualität hat oder so. Müssen wir mal gucken. Also ich bin mal gespannt. Also ich bin echt gespannt, was ihr dazu sagt. Also mir gefällt es. Mir gefällt es wirklich super. Auch ohne Mikrofon. Nur so. Und da kann man einfach ein Puschel drauf machen. Und dann auch Wind geschützt und so. Das müsste man testen. Ob man vielleicht die Atmereiche auch rausfiltert oder so. Und für den Garten ist das geil. Eingesteckt. Du hast eine Funkverbindung zur Kamera. Du hast kein Kabel. Oder wenn ich koche. Oder irgendwas mache. Ich stecke die dran. Habe eine Funkverbindung. Braucht mich nicht um ein Kabel. Irgendwie. Oh. Jetzt ist das. Hm. Stolperst da halt drüber oder so. Voll geil. Also ich bin begeistert. Also bis jetzt. Ich bin mal gespannt. Ob ihr meiner Meinung seid. Ob euch das auch so gefallen hat. Und ob meine Stimme dadurch gut rüber kam. Oder ob das. Wäh. Lieber das Ansteck-Mikrofon. Da bin ich mal gespannt. Da sagt mir bitte Bescheid. So. Dann würde ich jetzt dieses Video. Auch dafür beenden. Vielleicht schaffe ich es auch noch zeitnah. Es ist einfach schweine heiß hier. Wir haben 38 Grad. Ich hoffe zeitnah noch mehr Videos dazu zu machen. Dass vielleicht wenn das geplant wird. Dass dann noch ein Video hinterher kommt. Und dass ich dann mal mein Lavalier-Mikrofon anstecke. Was ich selber habe. Und dann testen wir das einfach mal. So. Aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Däumchen wären Träumchen. Wenn es euch gefallen hat natürlich. Bitte 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 schreibt in die Kommentare. Welche Variante vom Mikrofon euch besser gefallen hat. Vielleicht mal genommen ein einzelnes Knöpett. Video. Damit man das nochmal besser hören kann. Ich muss aber erstmal das lauter machen. Damit das gleich ist. Und hier ein bisschen zu viel rumgespielt. Ich bin jetzt weg. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Sagt euer Odin. 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 OITZ TEST